Hallo und herzlich Willkommen zu Assassin's Creed Freedom Cry. Wir haben eben gerade die Plantage hier befreit. Und jetzt sammle ich jetzt hier eben noch die Truhen auf. Dann schauen wir mal wie es überhaupt weiter geht hier. Eigentlich müsste ich mir auch irgendwo mal wieder etwas kaufen. Kugeln für meine Donnerbüchse. Ach, die Truhe ist schon wieder oben. Prima, Turm 1. Deine und meine. Wo ist die da? Nein. Wenn er klettern soll, klettert er nicht. Und wenn er nicht klettern soll, dann kann er es hier. So, und da haben wir hier unten noch an dem Schiff und da hinten haben wir noch was. Die Truhe haben wir noch. Heute noch 100 Meter. 100 Meter Lauf. Jo. Trotz der ganzen, äh, Schwierigkeiten, die ich habe hier mit dem Spiel, sprich, äh, die, die, die Steuerung und das er nicht so anspricht, auf die Steuerung, wie ich es gerne hätte, finde ich das Spiel trotzdem schön. So die Gegend, so die Idee, die dahinter steht. Jetzt habe ich, glaube ich, alles da genau das haben wir haha so, hier unten haben wir nichts mehr werde ich, das ist fertig, dafür die Sagen, gehen wir so rum und dann wieder zu Port-en-Prince so lang, vielleicht kriegen wir unterwegs noch ein Schiff, welches wir entern können, ohne dabei in Schwulitäten zu kommen öffnen und trimmen wo in wo in wo wo in wo in wo in wo ich kann es mir nicht leisten, schon wieder gegen ein Kriegsschiff hier zu kämpfen das geht nicht was ist das für ein Schiff schauen die auch über ein Kriegsschiff, ne wo wie viele Schiffe fahren hier rum wo in wo in wo wo in 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 wo wo wieso wieso können die so oft schießen in wo in 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 wo in wo in wo in wo in 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 wo in in wo Anruhe, Kapitän! Wasser zerstören, oder? Ja, komm, der Machete in der Hand, zack, und jetzt, was, oh, nein, komm, du Schlaftablette, das darfst du keinem erzählen, nur. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg, wenn du zu dämlich bist für irgendwas, dann gehst du jetzt hierher. Da kannst du drücken, was du willst hier, der macht einfach nichts. Was jetzt? Okay, der Kampf ist zu Ende. Muss eben mein Schiff reparieren. Scheiße auf den Bekanntheitsgrad, der wird sowieso nicht weniger. Ja. Meine Crew ist voll. So. Drehbassen abfahren. So, jetzt wüsste ich aber trotzdem zu gerne, womit... Achso, da drüben machen wir auch noch mal. Jetzt wüsste ich zu gerne, womit kann ich diese Feuerfässer abschießen, weil das weiß ich auch noch nicht. Weil ich habe hier diese Fässer und ich habe keine Ahnung, wie ich diese abschießen kann. Dann könnte es ein anderes Schiff repariert, zum Eltern halten, benutzen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Haben wir den schon? Ha! Das ging jetzt schnell. Separiert haben wir. Bekanntheitsgrad zurücksetzen. Ich könnte gute Männer brauchen. Das sind wirklich immer die gleichen Gesichter, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Habt ihr eben gerade da hinten gesehen? Sklavenschiff. Fregatte. Alle außer Großberg. Groß aus dem Wind. Feuer. 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 Großsegel setzen. Feuer. Munition verschwenden. Bereits zu schießen, Käpt'n. Ihre Kanone. Juncker auf den Grund. So, den ersten haben wir jetzt, den ersten LUM. Feuer. Also, drüben ist das Sklavenschiff. Bleib außer Schusswein. Natürlich nicht. Kölfe. Kacke. Die Schießensprung laufen auf mich. Die schießen auf mich. Die schießen auf mich. Na, endlich mal. Endlich mal. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Geht jetzt das Schiff unter. Jo. So, das Sklavenschiff müssen wir jetzt entern, glaube ich. Dann erbeuten. Leesegel einholen. Hauptmaß. Groß Segelberge. Voll. Lebt sie aus die Schlachtflache. Ich bin's. Ah, ich bin's. Nei, ich bin's. Machtfrieden, ich bin ein Schattfahrt. Aber sie werden hier. Ich bin's. Ihr향. Ich bin's. Ich bin's. Wir sind's. Ich bin's. Er sollte ein Luftattentat werden. Hier liegt das hier und das ist nichts geworden. Er sollte ein Luftattentat werden. So, wir haben jetzt Sklaven befreit. Ihr seid frei. Gott sei Dank, ein Missionsfortschritt. Ja! Ah, jetzt haben wir ganz viel Metall, das baue ich nämlich, für bessere Kanonen und so weiter. Und jetzt ist da nämlich auch wieder, ähm, ich glaube, erstmal hier hingehen, treibt gut. Wir Segel-Männer! Segel! Da, eine Art Frachter! Haltet euch fest! Frachter sind mir jetzt egal. Vorne war dann ein Schiff doch... Was ist da mit den anderen Schiffen? ...Kranonenboot... 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 ...Feuer! ...Kranonenboot... 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 Das sollte ja gar nicht. Aber wenn es diese Sache will, dann ja. Dann haben wir es jetzt. So. Wollen wir erstmal hier, was wir jetzt hier erborgen können. Wie Vorsicht. Heute mache ich fette Beute. Wo ist das denn hier? Meine fette Beute. Wo ich meine fette Beute. Da vorne. Bringt die Hauptsegel in den Wind. Segel setzen. Volles Segel. An die Schoten. Ei, 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 ei. Werden immer jetzt Marmuth folgen oder was? Beute, ne? Aber wieso ist denn jetzt hier nichts mehr? Meine Damen. Reim aus dem Wind. Hol sie nieder. Raus aus dem Wind. Hier ist nichts. Merkt alle Segel. Hm. Los Segel, los geht's. Höhen. Und von Segel setzen. Bringt jeden fetsten Stoff in den Wind. Auf Männer. Am Segel setzen. So stören die sich alle gegenseitig, oder was? Komm, wir entern jetzt. Ich schaff's ja sowieso nicht, irgendwas zu treffen, du Haar. Ich schaff's ja sowieso nicht. Wie oft soll ich denn noch drücken, dass ihr dich verteidigen wollt, so doof? Dann hau ab, hau ab. Hände zu dem ich bist. Ja. Geh. Nein. Mann. Was soll das denn? Da drückt man hier tausend Knöpfe. Leck mich am Arsch. Hätte ich fast gesagt. Sage ich natürlich nicht. Neues Missionsziel, den Schleier lüften. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn es heißt, äh, Assassin's Creed Freedom Cry. Guck mal, wo was denn das da vorne ist. Da sägeln wir hin. Aber beim nächsten Mal könnt ihr gespannt sein. Wahrscheinlich wieder ein Unterwasser-Abenteuer. Rancho 4-8-2-4-4-3-4-4-6-7-3-4-4-7-4-7-4-5-2-7-4-4-4-5-3-5-4-4-4-4-5-5-4-4-5-5-5-6-5.